recht herzlich willkommen zur 230 folge von city skylines ja wo wir stehen geblieben wir hatten irgendwo ein industriegebiet wo irgendwelche häuser ein problem damit hatten dass die daneben sind das war glaube hier na lass uns das mal angucken das war da auch nicht das war hier wahrscheinlich und wo man denn da zufriedenheit hier so sieht es vielleicht aus das war es vielleicht vielleicht auch nicht ein bisschen besser geworden wohl das war bei gesundheit sogar so war es genau aber letztes waren wir ja hier noch ein ding ins gebaut gehabt aber dieses würde ich jetzt hier trotz alledem auch abreißen weil wir wissen jetzt den grund warum das da so ist und deswegen nicht so sondern entfernen den bagger rausgeholt und weg damit ja und das was da rauskommt setzen wir gleich um in blauen wohnraum genauso wie da auch da auch da machen wir das auch hin es ist nur die frage das andere ist alles noch nicht so aber es wird dann wohl besser werden denke ich meine oder vielleicht geht auch der ein oder andere hier noch weg von den industriegebieten dass man das dann um ändern kann würde vielleicht sinn machen hier ist noch eine straße gar nicht gebaut ist sehr interessant da könnte man ja dann noch ein paar geboren obwohl momentan haben wir eigentlich gar nichts davon und jetzt wird gerade mal rechtsklick gemacht bei dem haus glaube jetzt verschwindet das gleich wahrscheinlich aber wäre jetzt auch nicht schlimm so 7,8 grad haben wir hier zurzeit kranke bürger steht da wahrscheinlich dran und irgendwann sind die häuser leer stehend und dann reißen wir sie ab und dann können wir da sofort ein anderes gebiet hin machen hier ist noch ein ganzer kreisverkehr frei den wir dann mal gebaut haben okay so wie es aussieht läuft das hier sogar jetzt damals lief das ganz schlecht hier hier staut sich zwar noch was aber das ist glaube ich soweit akzeptabel wenn ich jetzt im überlegen bin früher ging ja eine straße drauf die ist überhaupt nicht mehr da kann das sein dass wir das dann beschlossen haben und damit es besser läuft donnerschlag so was macht unser gebiet das ist jetzt auf jeden fall weg das lacht daran dass ich den rechtsklick aber gemacht habe und dann sind die weggezogen hier geht noch was ja da haben wir glaubt noch im friedhof sitzen wahrscheinlich und der ist da auch hier ist auch ein krematorium ok Was haben wir denn hier noch rettungsschauerplatz und das war die sauna, ne? Sauna ist da auch noch oder was? Ne, das ist der Arzt, oder? Würde ich mal sagen Aber man könnte den ja hier auch eine sauna gönnen, ne? Vielleicht werden die dann gesünder. Nein, machen wir nicht Das ist jetzt blödsinn, ne? So, gucken wir mal einfach mal durch hier so. Strom ist da, Wasser, okay, da wird's ein bisschen knapper, ist aber auch noch gut. Müllabfroh läuft. Grundschule ist schlechter, Oberschule auch, Unis sind super. Aber wir brauchen ja ungelernte Arbeiter, deswegen brauchen wir auch nicht so viele Schulen dann, ne? Ja, gucken wir mal an die Grundschule. Die sitzen da schon mal. Hier oben gibt's keiner. Okay, sind aber trotzdem versorgt. Auch sehr interessant. Die fahren wahrscheinlich mit Bus und Bahn alle dann dahin. Und hier sind doch einfach zu viele, oder wie sehe ich das? Irgendwo ist hier eine zu viel. Also wenigstens die da, oder? Würde die jetzt mal abreißen. Weil, die hat ja jetzt nicht wirklich was gebracht, oder? Sonst ist es flächenmäßig ein bisschen verteilt. Hier hinten gibt's gar keine. Kommt in der Grundschule bauen wir hier aber noch hin, oder? So, wo ist eine Straße? Da geht die durch. Das bedeutet, da kann auch ruhig die Grundschule hin. Läuft, ne? Warum ist das da rot und nicht gerade ein grüner Smiley dran gewesen? Keine Ahnung. Äh, ja. Geht, ne? Überall, soweit es uns abgedeckt läuft. Ja, ein paar muss es auch geben, wo keiner zur Schule geht, ne? Gut, äh, war jetzt nicht Schule, war jetzt Gesundheitswesen. Aber hier unten sind wir bei einer Arztpraxis. Dann haben wir gerade was Falsches da aufgebaut, ne? Und war das jetzt eine Arztpraxis, oder vertue ich mich da jetzt so sehr? Wir waren bei Schule, ne? Und die gibt's hier nicht. Da haben wir jetzt eine Arztpraxis hingebaut. Aber da sind sie auch froh drüber. Wir mussten hier hin und da hin und dann da hin. Ach, da ist der Strom, der da sitzt. Aber den brauchen wir da ja nicht mehr. Dann können wir den auch wegmachen. Passt. Der Strommast war sowieso nicht so schön anzugucken. Wahrscheinlich mochten die auch nicht. So, jetzt bilden die sich da mehr, ne? So, Oberschule geht gar nicht da. Das ist wirklich ganz schlimm da hinten. Aber sonst ist es durchwachsen. Okay. Hier fehlt noch was. Wenn ich jetzt hier umschalte, dann ist es ja doch tatsächlich die Oberschule, ne? Hier fehlt wirklich eine dann, ne? Die Frage, ob wir das machen möchten. Hm. Dann wird's hier besser werden. Ach komm. Bildung soll jedem zugänglich sein, ne? Unis waren ja gut. Oberschule wird jetzt auch dann irgendwann besser werden, denke ich. Und Schule, äh ja. Aber wir können nicht alles zuflassern. Außerdem haben wir ja jetzt gerade wieder 12.000 Miese. Da müssen wir auch erstmal noch dran arbeiten, ne? Grundstückswert. Wind, okay. Verschmutzung. Ist da ganz viel, ne? So, was ist denn hier für ein Zeug, was wir da stehen haben, dass das da verschmutzt ist? Fischstäbchenfabrik, okay. Und was ist das andere hier? Ist ein Copyshop. Wer macht denn hier jetzt bitte schön den Dreck dann? Aha. Einfach nur die Industrie, oder was? Ist das ein Industriegebiet? Wahrscheinlich dann hier, ne? Passt jetzt auch nicht so ganz zueinander, ne? Wenn man das so mal anguckt, ne? Dann können wir das doch da auf jeden Fall wegmachen, weil da wohnt ja keiner. Und das auch. Dort drüben setzen wir mal einen Beauty-Shop hin. Und hier machen wir ein Wohnhaus hin, aber dann doch in dieser Größe. So, ne? Ja, die sind alle krank, das ist klar. Bleibt da nicht aus. Das ist die Frage, was wir mit dem anderen Läden machen. Vielleicht sind die auch mal irgendwann weg und dann können wir das neu machen. So, wie sieht es hier aus? Irgendwelche freien Rundstücke. Nicht wirklich, ne? Obwohl dieses Haus. War letztens noch. Ach so, lass mal. Da war ja letztens noch hier kranke Bürger, aber da war ein Totenkopf dran. Na, da haben sie den wohl auch noch abgeholt. Naja, läuft da soweit. Feuerwehr? Oh, hier gibt es gar keine Feuerwehr, oder wie sehe ich das? Das ist ganz schlecht. Sollten wir vielleicht mal hier eine reinpflastern. Aber wie gesagt, wir sind jetzt, obwohl gerade 4000. Jetzt werden die schon besser, ne, oder? Muss man mal gucken, wie weit das reicht. Dass da keine Waldbrandgefahr, äh, Waldbrandgefahr, keine Hausbrandgefahr mehr ist. Hier könnte man auch noch eine hinbauen, ne? Allerdings ist hier keine Anbindung an diesem Bereich, dann bringt es also auch nicht so wirklich weiter, ne? Dann doch eher hier, oder? Komm, dann machen wir da noch hin. Und jetzt sollten schon die Häuser noch ein bisschen besser werden. So sieht's aus. Ach, da komm, hier müsste man noch was haben. Komm, eine geht noch. Ja, jetzt sind da ein paar mehr versorgt. Irgendwie klappt das dann schon, ne? Hinten auch nix. Hier fattelt eine ganze Stadt dann ab. Machen wir das mal gucken, wie sich das auswirkt. Okay, ist gleich viel besser geworden. Und dann? Nein, ist noch ein Feuerturm, ein Waldbrandturm sozusagen. Der bringt uns für die Häuser nix. Komm, machen wir so noch. Ja, wird dann dadurch etwas besser. Innen fehlt es aber noch. Musst du mal da hinmachen, ne? Komm. So. Jetzt sind sie alle glücklich. Ein paar Häuser abgerissen dafür. Läuft. Waldbrand fahren wir hier nicht, ne? Hm. Sieht das besser aus? Also hier ja, aber der Rest. Ja, eher nicht. So. Wie die da löschen sollen, weiß ich nicht. Aber naja, bleiben wir voller Löschboden, ne? Ja, okay. Lassen wir so. Jetzt haben wir auch wieder... Oh, wir haben 20 plus jetzt gerade. Krass. So, das haben wir schon geguckt. Vorher waren wir jetzt hier. Busverkehr ist immer noch ein Problem wahrscheinlich. Robbery. Wo wird geklaut? Sieht eigentlich relativ gut aus, ne? Das funktioniert aber wahrscheinlich auch relativ schlecht, ne? Oh, da hinten fehlt Wasser. Dann machen wir das doch mal gerade da hin. So, jetzt fehlt da kein Wasser mehr. Gut. Da ist tatsächlich ein Haus unbesetzt, nur ganz wenige Häuser sind jetzt gerade nicht kaputt, leer, freistehend. Sind wohl ziemlich gut am Menschen gerade. Läuft. Heizung haben sie alle, ne? So. Das war der Tierbevölkerung, okay. Import und Export. Was haben wir hier für welche? Die exportieren Ölproduktion ist hier, okay. Was ist das für ein Häuslein da? Mach das mal weg. Was sagt das hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Wow. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Dachte, wir hätten nur ein Problem, weil nicht genügend ungebildete Arbeiter da wären. Naja. Das hier ist ein Industriegebiet wahrscheinlich dann, ne? Ja. Mitten in der Stadt, ne? Vielleicht nicht die beste Wahl, ist aber gerade so. Hier kann man was ändern. Die sind alle abgeschaltet, das wird geleert. Da ist auch noch eins. Läuft. Oh, da ist gerade wohl einer umgesprungen, der geleert werden muss. So weit, so gut. Gucken wir mal bei den anderen Ecken, die wir da noch haben. Hier oben war noch einer. Da läuft's immer. Und dann haben wir hier hinten nochmal. Okay, da kann man auch was machen. Auf jeden Fall kann man hier was machen. Und wir müssen vor allem lernen, ne? Okay. Wir können jetzt noch was umziehen von da hinten nach hier. Das eine oder andere können wir bestimmt mal gerade bewegen. Das ist ja aus, ne? Und verschieben wir das doch mal gerade. Da können wir das hier hin machen, ne? Und dann schalten wir das da mal ein. Wo wir gerade kein Müllproblem haben, oder wie wir das? Und den verschieben wir auch noch. Geht auch dahin. Brauchen wir aber nicht anmachen, verschieben wir nur, ne? Und... Dann können wir dieses auch verschieben. Da war ja noch Platz, oder? Gut, und einer ging da noch hin. Den machen wir dann auch noch rüber. So, dann ist da auch ein bisschen mehr... machbar. Also machbar wird es hin, ne? Aber kürzere Wege gibt's dann da. Hier wird sich auch noch was ausgehen, ne? Einer auf jeden Fall. Gucken wir nochmal rüber. Ein paar waren hier ja frei noch. Verschieben wir den doch. Oh, noch nach da. Hier außen gehen ja auch noch welche hin, sehe ich gerade, ne? Wenn wir so machen, gehen dann da zwei hin. Müssen wir mal gucken. Gucken wir doch mal. Äh, leider nicht. Dann ist das halt so. Zack. Passt. So, läuft da auch. Ist noch ein bisschen größer, ne? Haben wir da hinten noch Platz, wo da was hinschieben können? Ich glaube nicht, ne? Nein, da war, glaub ich, nichts machbar. Können wir nochmal einen anpacken, aber ich glaub, das ging nicht. In dieser Kurve von der Straße sind zwar viele Flächen frei, aber es möchte daran nichts hingehen. Ziemlich doof, ne? So ist es auch weg, wenn. So. Ja, da sind wir ein ganzes Stück weiter. Können hier nochmal gerade gucken, aber hier ist jetzt auch nichts frei geworden. Wie sieht's da erstmal mit den Befrauungen aus? So sieht's aus. Und kränkelnde Bürger sind immer noch da. Dann machen wir das noch ganz einfach so, dass wir jetzt mal ganz einfach sagen, ja, zack. Oh ne. Ihr zieht weg, ihr zieht weg. Ihr, ihr, ihr. Zieht alle weg. Und wenn ihr weggezogen seid, dann kommen da Kaufläden hin oder sowas. Dann sind sie ja schon weg. Da auch. Dann wird das schon werden, ne? Das können wir hier nochmal wegnehmen. Und machen wir das gelb. Ich glaube, das brauchen wir eher. Oder brauchen nicht, sondern wird besser sein, wenn es hier gelb ist. Sagen wir es so. So, jetzt haben wir noch den und den und dann ist alles gut. Die da waren ja nicht am meckern. So, noch ein Häuslein. Wenn sie dann bitte wegziehen würden, damit wir dort einen Commerz errichten können. So, da ist er weg. Und da hat sich das Thema dann nicht erledigt, jetzt erledigt. Gut, haben wir das. Ja, und dann wird dann ein, nach dem anderen, der Einkaufsladen hier hinkommen. Eine Drogerie ist schon da. Ein Gemischtwarenladen ist da. Und dann läuft das. Und dann ist das mit der Gesundheit auch hier gut, denke ich mal, ne? Ja, eins nicht, aber die da auch nicht. Aber die sind ja auch nicht am Mockern, oder? Komm, zack, zack. Alles ist gut. Und wird werden. Die beiden Häuser machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sag mal, wenn ihr kein Abo habt, dann setzt euch daran, dass ihr eins kriegt. Und wenn euch das Video gefallen hat, oder der Bau, oder sonst was, immer einen Daumen hoch geben. Das freut mich sehr. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.